Ja, ich möchte nochmal sagen, Richard, wie du uns darauf eingestimmt hast, auf das, was wir jetzt zu erwarten haben. Ich denke, das hilft. Letztes Spiel, wie gesagt, Europameisterschaften in Warschau kamen eben da für Sablet. Wir haben ja jetzt einfach sowohl Zagreb als auch Lima sehr, sehr erfolgreich gespielt. Lima war ganz gut, oder? Kann man nicht. Lima in Lima, Dang in Lima. Also insofern wollen wir da nicht meckern. Ja, aber das ist das von Sabine Winter. Ja, ich will mal zu stören in ihrem Spielaufbau. Hier gelingt es zunächst mal nicht. Trotzdem der Punkt für Han Ying. Aber es ist dann per se, natürlich ist es sehr, sehr sinnvoll zu variieren, variabel zu spielen. Aber es ist per se dann nicht einfach besser, die Aufschläge zunächst mal kurz zu lassen, damit man Sabine an den Gegnerin agieren. Das will ich möglicherweise auch vermeiden. Das ist stark. Das ist stark. Jetzt hat man so ein bisschen gesehen, halblanger Aufschlag. Man sieht das vielleicht hier. Diagonal, diagonal. Und dann aus dieser Diagonalen, da ich da das Ganze jetzt am Ende nach Han Ying spielt. Und fünf Satzbälle. Und der ist natürlich überragend, oder? Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Und halb in den Tisch. So ein bisschen seitlich rausgedreht, aber da spielt Han Ying jetzt Angriff. Trotzdem noch drei Satzbälle für die Weltranglisten Siebte. Ja, jetzt finalisiert sie das Ding hier. Ich muss sagen, das ist spannend insgesamt zu sehen. Das ist eine unglaublich hohe Variante. Oder habe ich mich dazu erzählt? Das sieht mehr so aus als fünf Satzbälle. Eins, sechs. ...spielen möchte und Sabine da vielleicht einen Überhang hat, aber nicht automatisch jeden Aufschlag oder jeden Ballwechsel gewinnt oder verliert. Also, ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Sie ist jetzt... ...was Han Ying auch bewusst steuert. Also diese Variation beim Schupfen. So, jetzt haben wir mal dieses Setting. Ja, aber das ist so, der Ballwechsel, der... Ist halt so forsch, aber wie du es gesagt hast, dann ist es vielleicht auch ein Ticken too much. Ja, genau so. Oder sie muss auf 4 zu 1 durch. Und trotzdem, so wie wir es vorher mal besprochen haben, ist nicht so, dass eine Sabine Winter eben jetzt 100% der Punkte eben dann macht. Sie macht mehr Punkte, aber nicht eben jeden Ball. Und trotzdem als Abwehrspieler... Boah, stark. Super. Stark. Richtig stark. Jetzt zweimal sehr gut. Man sieht das seitlich geschupft, ja. Den musst du schon schaufeln und dann steht er schön da. Genau, und dann hat der Ball richtig früh sie rumgegangen, umgelaufen auf diesen weicheren Ball. Der stand auch ein bisschen höher, ne? Dann... ...bekommt... Stark. Stark, aber es wirkt trotzdem so ein bisschen, sie will nicht in diese langen Abwehrrallys rein. Sie will das quasi mit ihrem Angriff versuchen, Sabine eben unter Druck zu setzen. Bleibt wirklich am Tisch. Jetzt, ja, jetzt geht es nicht mehr. Dieses Spiel aus der Rückhandseite, also mit dem grünen Belag. Genau, ja. Und da hat sie. 2-1. 2-1. Also hinten raus jetzt wirklich clever gemacht. Sehr, sehr, sehr konstant geblieben, wie du gesagt hast. Ja. Und dann wird sie auch penetrant sozusagen für die Gegnerin, wenn sie einfach nicht aufhört. Das nervt dann und dann wird es schwierig. Ja. Auch für eine... ...Hanje. Und das macht sie natürlich sehr, sehr gut. Dann auch hier den festen Ball fest zu platzieren. Ich glaube, Han Ying hat... So, lang. Und dann geht es sofort raus, ne? Ja, jetzt mal einen langen Ballwechsel, den am Ende jetzt Han Ying für sich entschieden hat. Das sind natürlich unglaublich lange Wege, die da eben gegangen werden müssen, weil die Head-to-Heads, die Records anguckt. Also Sabine Winter ist da einfach jemand, der gegen Abwehr wirklich sehr, sehr gut spielt. Und insofern, also liegen, nicht liegen ist vielleicht nicht der perfekte Ausdruck, aber Sabine Winter hat einfach die Muttersicht gesprungen. Ja, also jetzt nicht die Bälle zu schnell machen zu wollen. Ja, zeigt das immer so... Jetzt geht es zurück, ja. Jetzt... Start. Das ist gut. Das ist einfach richtig. Ja, und es ist nicht nur einmal in die Mitte, wir sehen es nochmal hinterher. Das ist ein zweites Mal eben. Das ist ein echt ganz, ganz schwer zu greifendes Spiel. Ja, total. Das würde ich genauso bestätigen. Also... Da haben wir es. Da haben wir es, ja. Warum? Weil man natürlich den Ball früher trifft, ein anderes Timing hat. Ja. Oh, die war auch schon richtig stark. Das ist stark. Das ist stark zu Ende gespielt. Vor allem eben auch in dieser Diagonale, dann parallel gewechselt und dann nochmal einen hinterher in die Brochenhast. Kann sie ja spielen, weil sie auf der Rückhand kurze Noppen hat. Also keine langen Noppen. Aber das mache Acht-Satz-Bälle. Ja, ja. Und der Erste sitzt direkt. 3-2. Und wenn du versuchst, eben von Ruhe zu sprechen, Ruhe hat immer auch so ein bisschen was mit... Der Erste durch die Mitte war noch okay. Ja. So, jetzt hat sie da auf den Gegenspin. Da wollte sie raus aus. Natürlich, man weiß, dass Han Ying viel, viel variiert, was die Sachen angeht. Und da eben immer das richtige Timing zu finden, ist schwer. Wahnsinns Ballwechsel hier. Wahnsinn, ist sie denn verrückt? Ja. Auch wenn sie ihm nicht macht den Punkt. Aber... So, und jetzt ist die Frage da eben. Kann man da vielleicht noch mit der Rückhand eben direkt attackieren? Das könnte ein Weg sein. So, weich, weich. Schön rumgezogen. Och. Stark. Starker Ballwechsel. Sehr, sehr gut gespielt. Einfach toll. Als ob sie uns vorhin zugehört hätte. Dir, dir, dir. Gleich bei diesem, bei diesem Ball vorher. Gleich bei euch. Einfach mal. Ja, vor kurzem mit, äh, schauen wir zuerst mal nochmal da rein. Das wird ein großer Punkt, Richard. Ja, ja, der geht auf die Kante. Die Kante weg. Aber jetzt macht er auch mal einen großen. Jetzt macht er einen großen Punkt. Ich habe hier mit, mit, mit Darko Jogic gesprochen, der zu mir gesagt, ich habe gefragt, warum. Ich frage, ob man die vielleicht dann einfach ganz lang spielt, um diese Rückschläge zu verhindern. Die dann direkt mit den Noppen kamen. Weil jetzt ist der Aufschlag. Spin, Spin gegen Sabine Winter. Das gewinnen ganz, ganz, ganz wenige. Und den hat sie genommen. Ja. Also, ich muss sagen, Hut ab vor Sabine Winter. Und das ist der erster Einzeltitel. Der erster. Und dann ist es nicht so schlimm, dass sie hier den siebten im Doppel nicht holt, oder? Ja. Den hat sie fallen lassen müssen. Achtung, Mikro kracht, wenn ich zu laut werde. Aber es ist natürlich auch die Begeisterung. Hier kommt die Umarmung mit Nicole Hollow. Es ist der erste deutsche Meistertitel. Richard, du hast ihn fantastisch analysiert, fand ich. Und alles, was du gesagt hast. So, und jetzt habe ich die frisch gebackene deutsche Meisterin im Einzel, Sabine Winter, neben mir. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir müssen dieses Interview natürlich auch nochmal für die Leute machen, die zu Hause zugucken. Weil die hören das, was du gerade gesagt hast, hören die nur, also nicht im Stream. Das ist ja nur für die Leute hier in der Halle. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt es sich an? Ist super. Ich habe sehr lange darauf gewartet. Wir haben auch vorher schon gesagt, hier in der Halle, es war mein vierter Finaleinzug. Ist mein erster Titel. Mein erster Finaleinzug war vor zehn Jahren. Ich bin glücklich, dass ich es immer wieder probiert habe und es jetzt auch endlich geschafft habe. Und ich erinnere mich auch, letztes Jahr in Bremen gab es ein super knappes Halbfinale gegen Nieder Mittelham. Da hattest du schon wieder die Chance, ins Finale einzuziehen. Hat nicht ganz geklappt. Jetzt hast du es geschafft. Sechs Mal schon im Doppelerfolgreich. Jetzt das allererste Mal im Einzel. Was heißt das jetzt für den Rest des Tages? Wie feierst du das? Ja gut, ich habe leider noch eine lange Rückfahrt bis nach Düsseldorf. Aber ich bin mir sicher, dass ich in der kommenden Woche noch darauf anstoßen werde und die deutschen Meisterschaften Revue passieren lassen werde und mit einem Grinsen mein Bierchen trinken werde. Jetzt hat mir der Richard vorher gesagt, dass er glaubt, dass du das mit deiner durchschlagskräftigen Vorhand schaffen könntest. Wie war das für dich heute? Ich meine, du hast ja die absolute Power da in der Vorhand. Aber es ist unglaublich kräftezehrend, auch bei diesen Temperaturen, oder? Ja, aber man ist auch einfach fokussiert. Das Adrenalin ist da. Da ist dann vergessen, dass man auch ein bisschen müde ist. Man konzentriert sich einfach Punkt für Punkt. Aber klar, Ying ist eine verdammt gute Spielerin. Ist zu Recht die Eins in Deutschland, die Sieben in der Welt. Und dass ich hier im Finale gegen Ying die Nummer Eins von Deutschland gewinnen konnte, ist natürlich absolut klasse für mich. So, letzte Frage. Eine habe ich nämlich noch. Welche verrückte Aktion hast du als nächstes geplant? Du machst doch immer so verrückte Sachen und kletterst irgendwo rauf oder spielst überall Tischtennis. Hast du was in der Pipeline? Habe ich gerade leider nicht, aber selbst wenn ich es hätte, würde ich es nicht schon verraten, weil das sind ja immer Überraschungen. Aber wenn man Tipps für mich hat, immer wieder gerne her damit. Über Instagram oder ähnliches, nehme ich mal an. Also, Sabine, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Goldmedaille und wir geben wieder ab nach oben zu Frank und zu Richard.